Ich hab ja noch Waffen. Ein nackter Willibald. So, ich hätte jetzt vielleicht rechts rumfahren sollen. Egal, wir fahren ja jetzt offiziell. Dauerzeit. Bisschen länger. Jetzt schreibe ich erstmal den Walter Black Nauknast Bruder. Und Salz rein streuen. Weil wenn er im Knast ist, verliert er ja richtig schön einfach alles. Da ist ein Heli da vorne. Na gut, wir haben ja nichts verbrochen, oder? Hat keiner von uns, hat illegale Sachen dabei. Bin nackt. Ja, pff. Das sind Käfersammelhülsen. Magazin alleine sind echt nicht böse. Nur die Waffen. Das ist das Lustige an der Geschichte. Du kannst 100 Magazine mithaben, aber sobald du die Waffe dazu hast... Wir sind Käfersammler, verdammt. Das sind Käfersammelhülsen. Und warum... Wie erklär ich da meine THG? Also ich bin ja Ex-Navy. Richtig. Ja, nee, nee, nee. Das ist Verteidigung, falls die Käfer mal kräftig werden. Ich hab auch übrigens neulich gelernt, dass außerorts 120 gilt, ne? Auf den Straßen. Ja, schnell geht die Karre hier eh nicht. Ja, schnell geht die Karre hier eh nicht. Ja, schnell geht die Karre hier eh nicht. Also das ist ganz drauf abhängig, was die Brücken grad... Ich fahr mal die U30 hier, die Karre kann. Das ist alles noch ein Toleranzrahmen. Ja Freunde, wir sind heute Käfersammler und sind auf dem Weg nach Kavala, um Scheiße zu bauen. Eine kleine Spaßfolge heute. Wir haben auch wieder den Tim Meyer dabei. Hallo Tim Meyer. Guten Tag. Ja, und den will ich bald halt, ne? Aber der ist ja immer dabei, der ist schon bekannt. Ja, der ist eh immer dabei. Ich schlüpfe schon mal in meine Rolle. Naja, also Käfersammler. Wie war das... erklärst du grad nochmal, was du grad auch erklärt hast schon? Wie wir die Käfer genau sammeln? Wie ich? Ja, ja, ja. Wir sind Käfersammler und wir haben keine Magazine, sondern Käfersammelhülsen. Die Waffen sind selbstverständlich rein, also meine Waffe, die ich noch dabei habe. Ja, Selbstschutz, weil wenn die Boltenkäfer sauer werden, das ist nicht zum Lachen. So, gut, dass die Blitzer immer noch nicht funktionieren. Bullen, alter Bullen. Komm, schau rein. Ja, es steht doch keiner da, oder? Doch, oder? Nein, doch. Ja, aussteigen, dann machen wir jetzt erstmal Terror, was die Scheiße hier soll. Aha. Wir haben aber leider keine Fahrnetze. Sind die gefahren? Kümmern die sich um uns, oder so? Nein, wir fahren. Ja, wir fahren. Ja, genau. Fahr weiter. Fahr weiter. ULEM! ULEM! Ähm... Ich war so gescoped und auf einmal hört man noch, wiu, wiu, wiu. Da weiß ich gar nicht. Im Video war auch irgendwie so ein Hänger. Bei mir. Ja, das war leider. War leider De-Sync bei mir in der Aufnahme. War von dir? Ja, ja. Okay. De-Sync war von mir. Ich hab alles gedacht, mein Internet hängt. Ja, du hast immer in so geilen Situationen irgendwelche Legs... Und dann kommt De-Sync bei mir. Auch bei der Schwarzmarkt-Aktion, wo wir zu 6.000, die ausgestiegen sind. Genau. Da waren noch 6 Mann beim Schwarzmarkt und wir wurden vom Hummingbird und vom Orca verfolgt, von den Bullen. Und wir haben auf den geschossen und alle anderen, die beim Schwarzmarkt grad so unbeteiligt rumstanden, haben auch sofort das Feuer auf die Bullen geöffnet. Da haben wir den Orca zu Klump geschossen. So 12 oder zu 13 oder so. War echt lustig. Geil. Vor allem, wie wir ausgestiegen sind, haben wir nur noch so gehört im Direkt-WTF. Ihr habt doch auch den einen Hummingbird so spätakulär von mir geholt, ne? Ja. Aber da wissen wir eigentlich nicht, ob wir das waren oder ob der einfach an menschlicher Schwäche versagte. Wir wollten ja schon weiterfahren, aber da hab ich nur noch gehört, wie es geraucht hat. Ich musste mich da wirklich auch, als ich mir das Video nochmal angeschaut hab, musste ich mich da echt konzentrieren drauf, dass ich das gehört hab. Ich muss echt sagen. Ja, ich hab dann zurückgespult. Das ist ja der Vorteil, was man machen kann, aber... Weil hier liegt einfach ein Baum. Leute können echt nicht aufpassen. Wenn wir Auto fahren. Echt schlimm. Da unten, ein Vogelhäuschen. Da liegt doch so ein Restteil von dem Fahrzeug hier rum. Water Black ist aus dem Gefängnis entkommen. Ach, ich darf nicht fluchen, wenn du aufnimmst. Water Black und Water White sind ja schon bekannt, ne? Also ich glaub, mit denen habt ihr öfters mal zu tun. Ich weiß grad gar nicht ehrlich gesagt, ob die in den Aufnahmen besonders oft drin sind. Wenn sie überhaupt schon mal drin waren. Das ist so eine Gruppe von Menschen, die sich Farben als Nachnamen und Walter als Vornamen gewählt haben. Ich nenn sie liebevoll die Farbigen. Genau, und sie haben es irgendwie immer noch nicht geschafft, mehr als zwei Mitglieder zu haben. Ja, wir haben die ja auch schon zu 6 oder zu 8 ausgeräumt mit zwei Hemmets, die da voll mit Heroin beladen waren. Und die betreiben sehr sehr gerne RDM, falls die Admins das sehen. Nein, also schießen sehr sehr gerne, ohne ein Wort zu sagen. Einfach drauf los. Aber ich bezweifle nicht, dass sie ganz liebenswürdige Menschen sind. So im Inneren irgendwo. Nee, ich glaub, das sind die absoluten voll, ich darf's ja nicht sagen. Voll, piep. So ein schönes amerikanisches Piep geht immer gut. Kannst ja reinschneiden. Nein, in meinem Kanal wird nichts geschnitten. Wird nicht geschnitten. Nur real life. Ei, ei, ei. Ja, da ist auch... Ja, die Beschreibung, Freunde, falls ihr die schon mal gelesen habt, da steht auch drin. Ähm, nein. Und ungeschnitten. Und so behalte ich's auch bei. Ich werde mir auch niemals ein ewig langes Intro holen, das man ja sowieso wegklickt. Ach, niemals nie, ne? Aber... Ja, Eiermeier, wie war das letztens nochmal, als du dich geoutet hast? Was? Was? Das wüsste ich aber. Geht das mal tanken? Warme Unterstellung. Oder wo du gesagt hast, du findest den Svenli so sexy. Ja, komm, pscht. Die Leute glauben das noch. Aber sowas hier bräuchte man auch in Deutschland. Weißt du, einfach tanken, dann wieder losfahren, dann entspannt... Oh, Alter, was geht da? Ja, mach halt mal. Ähm. Wir sind gleich tot. Warum? Warum? Okay, doch nicht. Der hat übelst gediestigt bei mir. Ich hätte schwirren können, der fällt in uns rein. Ja, bei mir war alles okay. Okay. Jo, der ist einfach vorbei gefahren. Bei mir ist der gerade dem und wo kurz vor uns war einfach in die Luft geflogen. Und das ist bei mir normalerweise ein Zeichen, ich bin sofort tot danach. Also das geht meistens... Ja, bisher war's ja auch immer so, ne? Ja. Ich hab bei Dieslings extremen Respekt auf jeden Fall. Wir haben's ja schon bald geschafft, tatsächlich. Also noch um die Ecke rum und dann ab am Pfirsichfeld vorbei. Und dann sind wir schon da. Ja, ich muss aber sagen, ich würd echt gern mal entführt werden. Muss ich echt mal sagen. Ja. Er surft? Ja. Ja. Lassen wir uns halt von dem Wolters entfüllen. Müssten wir uns aber noch mit mal einem Account einloggen. Also bald an die uns eh übern Haufen. Wir müssten uns halt mal einen zweiten Account einfach machen. So einen regulären irgendwie, als es anders nennen. Und dann einfach nur als Nubis irgendwie... Scheiße, wann hat der bringt irgendwas? Komm voll rein. Hier ist Party. Oh, ihr Bruder rein. Ich hab noch ne Waffe dabei, ne? Weißt du... Pfff... Oh... Ja... 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 Die Bullen hier leiden im Moment echt an Überbesitzung. Schlimm, 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 schlimm. Wir haben echt nix mehr zu tun, ne? Es ist so zum Kotzen mit denen, ey. Wir sind noch, kann einer gerade zeigen? Vielleicht der... Kollege Eiermeier persönlich? Ob... Wie viel prozentuell immer noch da sind? Ja, kann ich gern tun. Äh... Hier sind es schon mal vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Was, nur noch zehn? Nochmal. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, tatsächlich nur noch zehn Bullen. Ja, nur noch zehn. Jetzt sind aber auch nicht mehr so viele Spiele hier. Also die haben immer noch gute Drittel, oder? Also vorhin... Ja, vorhin hatte man es echt geschafft, dass wir... Es ist ein Drittel, das waren 66, glaube ich, oder 67 online. Davon waren zwei oder 23 einfach mal die guten Cops. Und da kann man sich vorstellen, was so läuft, ne? Dann liegt schon wieder eine Leiche. Die Solex, Alter. Die Solex ist gestorben. Hey, der läuft hier rum. Oder fährt hier rum. Ja, dann mal auf. Der Francesco steht hier. Kann man den was klauen? Nein, schade. Nein. Wiederholen. Na, ist ein Idiot. Die Solex scheinen wieder. Ja, wir sind voll gebaut. Bei uns zu lachen ist 25.000. Ha, 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 ha. Das werde ich ja für ihn seinleiten. Ja, wir können mit denen hier bisschen teabacken. Oh, die Meierfamilie hier. Ne, hör doch mal die Fresse hier. Die Effekte ausstellen. Ich hör gar nichts. Hat irgendwer Lockpicks dabei? Der hat vorhin eine mit ins Grab genommen. Ja, ich hatte leider ja vorhin gelockt. Ja. Hier sind immer ein paar Leute. Hier sind immer ein paar Leute. Da sind immer eine. Das ist immer eine. Das ist immer eine. Das ist immer eine. Graziell ist. Ja. Was geht hier ab? Et marsch. Der liegt in zwei, drei, vier, drei, vier. Alter, was ist ja alle. Könnt ihr bitte weggehen? Und uns alleine lassen? Pick jetzt deine Freundin! Anhaltig mit deiner Freundin! Ey, ganz ehrlich, sobald einfach mal ne Vibe aufm PS... ... oder den Affenreichhafen hier im Spiel drin ist, da rasten alle aus. Ja, die ist wahrscheinlich fett und pickelig. Keine Ahnung, mag ich nicht beurteilen. Aber der Willi bald will sie auf jeden Fall. Ja, Oberflächlichkeit ist nie gut. Mir doch wurscht. Oh, jetzt bin ich zu alt. Sieht auch übrigens sehr sexy aus. Komplett nackt mit nur dem Gürtel halt. Wieso lauft ihr mir alle nach? Du und ich, der Busch. Er macht das. Wieso Spanner einfach? Hinter der Mauer hier, wer ist denn das? Was? Die Solex, wer sonst? Geil. Alter, läuft bei ihm. Wieso schießt denn der Spass schon wieder? Oh, Entschuldigung. Das hab ich nicht gesagt, das hab ich nicht gesagt. Der Spass! Oh, die Bullen kommen, die Bullen kommen, die Bullen kommen. Hallo Polizei. Wo na? Wo denn? Ja, wo wir grad um die Ecke laufen sind. Die kommen zurück, sie kommen zurück, sie kommen zurück. Die Bullen kommen. Ja und? Ja, ich seh nix. Ja, die fahren zum HQ. Ja, die kommen hierher, ich sag's dir. Haben die vor, Alter. Ist doch gar kein Einsatz. Dann gehen wir wieder zum Marktplatz, oder? Ja. Läuft. Gucken, ob wir am HQ jemanden finden, der vielleicht gerade verhört wird. Und eigentlich der Markt... Hier, jetzt gleich links. Markier's mir einfach mal. Das macht vieles immer einfacher. 142 Meter. Überall diese Straßensperren. Echt wahr, diese Bullen. Jaja, immer diese Bullen. Oh, hier steht ein Quad. Offen? Dann kann man Scheiße bauen. Erstmal schauen. Nee, leider nicht offen. Warum kann man keine Dietriche am Markt einfach kaufen? Seht ihr hinten? Alle hier einfach anderen Hammett. Hui. Und Bullen. Polizist Chris. Bullen. 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 Sie haben sich alle rumbring. Will ich mit Pistole raus solemn. Na ja, nein. Lieber nicht. Bullen. Bullen. Sh cross havoc. Niederklächtige Mensch der Polizist Deseolex hat hier einen Unfall gebaut und dann hat er hier Fahrerflucht begangen, ne? Also... Wer hängt hier eigentlich im Auto rum? Ganz entspannt Gell, Eiermeier, wir können es klären Ist ja toll, dass da keiner von Ihnen hier auf dem Dach kommt Der liegt schon etwas länger hier Und wir kontinuieren Was ist denn? Der Spolker, weh Was machen wir? Ich hab da nicht jemanden von meinem Auto geschnitten Hallo Komm alle um den Rund stellen und Kung Fu machen bei 5 Kung Fu in 3, 2, 1, los Ich hab leider den Einsatz etwas verpasst Hier steht der Peter da da Mach immer gut Dich hier, das ist ein Scheißer, oder? Das konnte dem Vollein reingewoxt So ein Faust hinten den Nacken hoch Ja, okay Wir können den Ali-Az-T sitzen Kontakt, Soldat! Boah, der Deseolex ist einfach so uncool Ich bin zu spät dran Ich bin zu spät dran Hier müssen wir mal schön so ein RDM-Headie verpassen Ja, voll Was passiert eigentlich, wenn ich meine Waffe ziehe? Mach mal Ich geh vom Polizisten direkt aufs Maul, ne? Ey komm, knall den Polizisten ab Und dann hauen wir ab Ne, schlag den nieder und dann hauen wir ab Alter komm, ich steig schon ins Auto ein, das wird episch Ich verlier schon wieder alle meine Sachen Kann man den mit der Pistole? Ja, du brauchst nur eine Waffe Pistole und dann Schiff Schiff G Äh, Schiff G, ja Ja Pistole 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 Ja, ja Ey, ich kann dich lieber Kommen wir zu aber ab Ab, 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 ab Ab, ab, ab Mach mal vielleicht das Licht noch aus, ja Pistole Pistole ähm ja zum thema käfer sammler du wolltest den borkenkäfer da von seinem hinterkopf glauben aber dann hattest du irgendwie deine kraft unterschätzt also wer fährt alter pass auf was du tust und dann haben wir da schon wieder den käfer sammler aspekt lass uns mal kuh fahren einfach wir waren es ja nicht er steht da bleibe alle feiern um herzlichen glückwunsch der ist uns ins auto gerannt ja ich hab's aufgenommen also ja alles gut alles gut okay alles klar entspannt hast du jetzt lizenzen wieder verloren ja natürlich ach lass die karri hier stehen wir sind jetzt zu fuß unterwegs vom käfer sammeln okay ich packe die waffe auch gerade wieder weg so jetzt könnten wir ja einfach eiskalt wieder zum marktplatz gehen ja warum nicht der bruder war ein bisschen afk glaube ich der kennt mich nicht der kann auf jeden fall nicht meine identität kennen schon gar nicht im rp weil es hätte ja von den sechs leuten einfach jeder sein können kann halt gucken wir hatten eine waffe aber ich habe halt ich habe eine waffe aber die sind alle egal ich habe nichts gemacht da hinten kommt einer läuft einer links läuft wieder weg der stoppt uns bestimmt wahrscheinlich achtung achtung alter sehr schnell das ist jetzt der fritz becker das war den fritz becker nieder prügeln adi ist gar nicht mehr da das nicht mehr da ja 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 ich beende die folge mal an der Stelle aber es gibt gleich direkt im Anschluss noch eine nächste also bis gleich klar